Hallo und herzlich Willkommen zurück zu HiOnLive, wo wir das letzte Mal aufgehört haben mit Guts, wenn wir jetzt mal langsam nach Hause wollen. Aber, wir können auch direkt hier den Teleporter dann benutzen und können damit glaube ich nach Hause, warte mal. Ich glaube, wir müssen alle, ich weiß nicht, dass du ein G3-Officer bist. Okay, ich bin. Ich bin. Ich denke, es ist total verrückt, dass du nicht sterben. Das ist alles, dass du mir hast. Nun, turn die Bounty in. Ah. Und wer ist das Green-Feller, du hast da? Was's up? Ich bin Gus. Es ist gut zu treffen. Danke, ich bin Gus Schmerzer. Hey, du kommst durch die Bounty, oder in meinem room? Sorry, in deinem room. für jetzt. Du bist schon mal im Kopf aufgerissen? Oh, cool, du hast dir eine andere talk-in-gun. Und dieser ist Green? Wow, wer sagt? Niemand. Oh, okay, okay, das ist gut. Be ruts. Mein Name ist Gus, nicht das es zu dir. There we go. Look at you. You're getting the hang of this bounty hunter thing already. How'd the mission go? They killed a G3. Looks like I taught them well. Wow. Really? Whoa. Okay. Well, I'm impressed. I was always hoping you'd find your calling. I just didn't think it would be bounty hunting. But then again, I don't know what I thought it would be. Maybe hairstyling. And not good at it. And what's wrong with bounty hunting? Can you please tell this dried up sack of shit to go home? I don't want to share a couch with him. Tough titties, Leslie. You're kidding me how to deal. It's Lizzie. And that's not my kid. Jesus, we're siblings. Sorry. I don't know how your species works yet. Sibling, fine. Got it. Doesn't change a thing. I live here now. Come on. Can't he find his own place to stay? Hey, that's not right. I'm barely taking up any space. You know we had a deal fair and square. Oh, come on. We barely know this guy. You're really going to side with him over your own sister? You should be proud. You raised your child to have proper respect for a good, fair business deal. Oh, now I know you're doing this on purpose. I'm the sister, not the mom. But you knew that, didn't you? Sorry. My bad. You come waltzing back in here stinking like dirty Flimborg, of course I'm going to get distracted. You shouldn't be hanging out with that Flimborg boy, you know? Can't trust that species. Tweak's harmless. And nice. You're being spacist. And he's not my boyfriend. Yet. Trust me. Flimborgs are bad news. Come on. Have my back here. Okay, yeah, you got me there. Thank you. God, I just don't think I can take much more of this guy. What, you think this is easy for me? If I'm pissing you off, at least you can leave. But my legs don't work. I'm stuck listening to your boy trouble every time I'm trying to watch my stories. I can't even get peace and quiet in my own home because there's an alien cripple jerking off on my couch 24-7. Hey, come on. That's a high estimate. Ew. I was kidding. Yeah, me too. I was kidding. We all know I was kidding. Aren't you going to say anything? Whose side are you on, anyway? Hey, all right. I can see I'm being a little bit of a bother. Look, I'll try to keep it down when I'm watching my stories. Just don't put me back on the streets. I really do want to help you. Fine. He can stay. But only until he finds somewhere else to go. I'm grateful. I mean it. But I've already missed half my program, so can everyone just shut the hell up? Ugh. All right. That's enough excitement for one day. You've got more boundaries to get there, kid. And you might want to check out the pawn shop to see what you can spend your new payout on. Uff. That was tense. It's times like these. I'm almost relieved. I don't have any family left alive. But not really. I miss them a lot. Hey, just you know, you can do the bounce. So, let's go. 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 So, but we can do that before. Zum Händler. Mal schnell durch. Schauen wir mal, was der Händler für uns hat. Nice. Hausparking-Ticket Will Tickets Will er denn da noch drauf kleben? Wann? Weil bei denen die Drummel geschenkt hat, ist ja übelst Adiab Alter Globo geht ab Alles klar Bruder Will keiner reden? Was ist das denn? Glor Crustlord Gut laden wir mal Gas Kommen wir mal Guck dich an du Oh älter Liebe Finger Wenn du auf den Kopf schießt, was hältst du davon? Äh Äh Good eye That thing's a real beauty And I'm keeping it So buy something else Oh hey, get your hands up That's not for sale Oh you like that, huh? Well it's Oh hey, get your hands up Oh hey, get your hands up That's not for sale Oh sorry, partner That's not for sale Oh you like that, huh? Well it's mine You can't have it Oh you like that? Oh hey, get your hands up That's not for sale Oh, what's that smell? Then what have you beefed? Hellanzug XL Erfurzigen Zeit durch die Gegend Hört man das nicht? Oh sorry, partner That's not for sale Äh Gegenstand erhalten Die Eimernstänke I'm gonna miss that So uh, how's that mother yours, Jor? She sucks Come on now That's no way to talk about the Shweeb Who birthed you Yeah, right And it's fun for me to say mean things It gives me a little thrill Every time I even think that I hate my mom I get this insane burst of adrenaline I don't know what it is Maybe this is just what Being a teenager is like This is some rebellious puberty shit I bet Check this out My mom smells like shit Mmh Shit Okay, wir kaufen hier mal ein bisschen was für Gas Und so weiter Finally You'll get The hell Ähm Kinny ist jetzt rosa Hello? Hi, is this Slipo's pizza? I want a pizza now I want it right now Do you get me? Not in 30 minutes or less Or whatever I need it instantane Yes And I know we have the tech for that Why are you still delivering pizza by foot? Just zap them to me There's like 10 different ways You can do it by now Portal store, work base, anything I don't care Just get it to me Right now Wait Never mind I'm not hungry Bye Alles klar Mach mal Mit deiner Pizza Und das Die ganze Zeit Hier Was sind das? Quatschen Hier schießen Deiner schweigt immer noch The Michael Show Yeah, this is live Oh man, you know how I get nervous I'll leave you to it The Michael Show Alright Alright And the camera's gonna follow me If I go get groceries Alright Well, here we go The Michael Show Are you gonna follow me When I go to the bathroom and stuff? Great I mean, I have to go to the bathroom now So I don't walk in But I'm gonna go in this restaurant here And just Go to the bathroom Here I am in the bathroom Please don't fall in the bathroom me into the stall Because it's really small In there already Oh, you're in here Cool Good luck Yeah Hey, Michael It's me Wh- Oh, I'm back there Or what? How's the Michael Show Going? I hate this What? What? I hate this Oh, 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 I hate this das ist schön wunderbar wunderbar es ist ja beiden auf wiener rin so schauen wir mal wo mal landen das war lange lange wenn der sandstorm going on but you're fucking sand in my eyes no you're you got a helmet on oh shit kreebles look at them go they eat up broken ship parts does it taste good I no idea I'm not I'm not about to give it a taste test you can kill these guys nobody cares they're just like you know guys to shoot this crash ship I'm telling you full ago oh I think that's old town in the distance you know that was the first settlement out here pre G3 there to get to Douglas oh let's see him wow here we go pika out here is smart enough not to hop into that toxic green shit right alright hey was denn ich hab mich doch mich doch da jetzt nicht drauf bewegt oder niemal war das ja meine absicht so mich darauf zu bewegen die sind ums geld ok aua hey 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 watch out watch out hmm i can see that coming in handy grab it up watch out watch out watch out all right a big desert adventure you know it's a bounty hunter's way you know how you liking it was ist man denn hier na dafür fehlen wir so das können wir noch nicht benutzen ja das ist wahrscheinlich viel Spaß für dich aber ich bin auf viele viele adventures and I can tell you firsthand that this is a crazy so let's 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 get to the good stuff all right will denn der jetzt wieder rum genn die nur schon wieder am rumholen hier Was haben wir denn da oben? Das Geld ohne Ende. Das ist so dick. Gut ist das. Die Frage ist ob die uns durchlassen. Das ist so dick. Das ist so dick. Das ist so dick. Das wäre die beste Sache für die Menschen. Und du weißt, jetzt dass er tot ist, ich beginne zu sehen, dass ich mich nicht verstehe, wo er von hier kommt. Was ist der mit dir da? Der ist der super chilligste. Ihr seid doch krankige Schubse. Oh, Schnauze jetzt. Oh, Schnauze. Ich habe alle Brüder von Mac'n'Cheese und abgebracht, weil sie mich die ganze Zeit durch die Gegend geschubst haben. Hm. I'm so sorry. Ok. See you later. Ja. Ja, schnau. Auf Wiedersehen. Ich muss halten lassen. Was war das? Wir können mal gucken. Es wird sich rentieren. Nein. Jawohl. Kamen. Schön. Wir sind die Brüder mit den Tiefen. Und wir müssen auf den Sack gehen. Okay. Ja. Ich kann helfen. Oh mein Gott. Du verbringst mich. Komm. Kommen wir dann zu Douglas. So Douglas. So Douglas. Oh. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ich sehe ihn, er sieht sehr hilfreich. Moment. Gucken. Was ist das denn? Wie ist das denn? So, uh, why do they call you Old Wet Grundy? It's cause I'm old and I piss myself every day. I'm doing it right now. You're pissing yourself while you're talking to us? Oh, yeah. Oh, er hat's wirklich grad getan. So, uh, you know, tell us. But what is this place? Well, I just told you it was called Old Town. Back when settlers first landed on this asteroid, we formed a little trading post free from galactic law where anyone could come and do as they please. Nowadays, Dreg Town stills all the thunder. But for a few years there, Old Town was nothing to sneeze at. All right, so Old Town is the Old Town and Dreg Town is the new one? Old Town has heart. Used to serve a real purpose for the people. Dreg Town is just a pit of debauchery and drugs. The Conson G3 Cartel. Hey, do you happen to know where we can find a guy named Douglas? Douglas? The G3 fella? Oh, he's a rough one. Never seen somebody drink as much as him. Why, just last night, uh, nope, I shouldn't speak out of turn. The G3 don't like that none, and I don't like them. Just head down to Dreg Town. I'm sure you'll find them. And how do we get to Dreg Town? It's been a little bit for me. Oh, that's easy. You just go through this gate, pop in the Old Town, and shoot straight down the main strip. You can't miss the big Dreg Town entrance. It's a real goddamn eyesore. Wish they ain't getting rid of it. I'll open the gate for you. Oh, well, thanks, Grundy. Okay. Oh, Gott, ist der widerlich. Okay, gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part.